So! Oh, lol. Oh, lol. Einmal vor einer Woche hat er gefragt. Nehme ich natürlich an. Bei dem Normal Draft habe ich natürlich eine sehr hohe MMR. Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich fahre ich heute nicht zu ruhen. Axtschwinger, bin ich hier richtig? Ja, bist du hier richtig. Ich bin by the way einer der besten Jungler. Achso, okay. Europas. Wieder mit Lenkran unterwegs oder mal normal? Ja, ich bin normal. Attacke! Ohneee! Ich habe ein bisschen Bock auf Urgot Jungle, muss ich sagen. Urgot Jungle ist immer das, was ich mit Abstand der liebsten Spiele. Urgot Jungle. Hm. Das ist gut. Ich glaube der Ult Kai ist nicht alles. Alles, was nicht bei 3 im Fleischwolf landet. So, ich habe Smite dabei. Mir wird Dorans Blade vorgeschlagen. Classic. Ich habe Angst vor dem Chaco, Mann. Ich spüre ihm schon dein Mitlein. Ich spüre ihn schon. Ein paar Sekunden später. Nein! Du hast ihn gespürt. Der hatte ich. Rabbe! Die! 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 Du sollst ja Wortlein ganken, Maxime. Ja, mache ich. Aber ich bin der Chaco, der untersucht gerade meinen Jungle. Oha, ich untersuche ihn gerade. Ich bin ja hier der Arzt. Aber Leute, ihr wisst ja, wann es losgeht. Level 6. Prepare to miss all kills. Ich ghoste. Ich ghoste. Wir können die killen sogar. Komm, komm her. Komm her, Jinx. Nein! Scheiße. Ich krieg nicht, wann es ist. Oh no. Oh baby. Geil, Leute. Klassisches Maxim-Game. Steht 9-1. Und ich chille. Bei den gegnerischen Crux. Das ist so broken, dass du einfach, wenn ich einen kill bekomme, keine Mana kosten habe. Das heißt, ich kann einfach meine Ultimates so tot spammen. Stimmt. Du kannst ja auch Presence of Mind nehmen, ne? Presence of Mind. Johnny hat das ja mit Kasselin gespielt. Und er hat ja einfach geguckt. Und er hat eine Situation gehabt, wo er über 8.000 Mana ausgegeben hat. 8.000. Wiedert, Jungs. Da könnte ich endlich mal einen Jungner, der nicht in meine Lane kommt. Einfach die ganze Farben sich gewinnt. Ich würde jetzt einfach die Minions coolen können. Und 99% der Leute, die ich kenne, hätten einfach reingekwucht. Einfach bam. Alle CS wird genommen. Tags. Ich halte einfach den Sharko klein, Leute. Aha. Das ist mein Job. Wunderbar. So, jetzt wird's Zeit. Es wird Zeit, sich die Kills zu snacken. Auf mich. Schöne Bubble. Schöne Bubble. Schöne Bubble. Oh, komm. Bisschen lower noch. Ja. Ja. Oho. 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 Das war aber super knapp, du. Oho. 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 Dass Maxim einfach mal eine Woche später auf meine Frage antwortet und dann so... So weird, ich glaub dein Account war online und für mich war das als neue Nachricht angezeigt. Weißt du? Oha. 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 Kommt der da mal? Oh nein, nein, scheiße. Ich erinnere um die Wand gleich. Ah, das reicht noch nicht. Okay, dann ult sie jetzt. Oho. Oho. Zum Glück hab ich dich abgefeuert, Alter. Einfach mal so. Einfach aus dem Nichts in der Rakete. Oh, Haken. Das ist er. What? Das ist er? Alter, der Flash! Der war doch schon in ihm drinne, der Haken. Ich muss hier auf die MLG Powerplace gehen. Ich muss ihn halt wirklich berühren. Touch him. Kann ich mir jemand helfen? Hinten, hinten kann ich mir helfen. Der hat mich alles sterben lassen. Nein, bitte nicht! Ah! Zack, wunderbar. Sehr schön. Wobei, Alter, take dieses Triumph ist ja überretarded. Jetzt hab ich mich in ein paar Kills geteiligt. Oh, die Shit. Was? Chill einmal. Oha. Alter, wenn sie da wegkommt... Okay. Gut drauf, Jungs. Kleines bisschen Counter-Channel. Oha. Ich glaub, den Krieg nur sogar mit mir. Oder? Nee, warte mal. Ich muss ein bisschen kennenlassen. Alter, der leidet aber hart! Oh, Alter. Random Arrows. Alter! Wie lange bin ich gestunnt? Das war 3 Minuten, leider. Geh los! Fokus Tariq. Into... Sieg! Oh Mann! Schon wieder! Kann ich hier nicht mal jemanden zersiegen? Zack! Mit Behinderten! Ah! Oh, danke! Oh, das war super wichtig. Diese Kale ist noch einfach godlike. Magst du mal so richtig gehintet? Magst du was anderes? Oh, hast du dir Turret einfach rausgegangen? Das ist mir nicht so. Oh, tut mir leid! Ich wollte die Ash jagen. Was ist dieses? Ah, kommt der jetzt her für Jinx? Das war eine interessante Teile. Ey, warte. Ist der halt dahin geholt, süß? Ja, holt er einfach zum Turret. Oha. Ghost ist er klar. Oha. Oha! 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 Ich hab ihn einfach weggegatling. Maxi mal Jinx getötet. Ja gut, irgendwie muss ich aber... Ich meine, ich CC ihn ja auch, wenn ich ihn zu ihr werfe. Du hast ihn getötet. Oha! Aber ich glaube, er hat ihn nicht gekostet. Deren Basis sieht natürlich für die 18. Minute schon ziemlich gut aus. Ich spiele jetzt einfach jetzt ein bisschen Katz und Maus mit. Ich spiele jetzt einfach jetzt schön auf Range. Ich bin ein Pudel. Ziemlich hessischer Pudel. Okay. Der will aber... Der will aber uns... Nein, er ist ja aufkennen. Also ich könnte ihn ulten für den Slow. Mach mal, mach mal, mach mal. Mach ich. Sorry. Ich weiß nicht, ob der so weit fliegt. Boah, schade. Das war knapp. Mach's aber auch schade, Alter. Holy shit. Sieht ja eigentlich ab, warum sind wir eigentlich schon in der Base? Aber 19 Minuten. Ich glaube, die MMR war ich auf jeden Fall auf unserer Seite. Ja. Wenn wir mal 31 Kills, ich war an 7 beteiligt. Das ist, äh, Ausbaufiel. So, machen wir noch eine Runde? Ja, klar. Aber... Alter, geh mal. Einfach alle ein S bekommen? What the fuck? Ich hab auch noch nicht gesehen. Alter, alle haben wir ja aber ein S bekommen? Ja.